Herzlich willkommen bei dem Vorstellungsvideo der Provinzialgeschäftsstelle Thorsten Nagel hier in Meisenheim. Ich bin Thorsten Nagel, bin seit 2019 der Geschäftsstellenleiter hier in Meisenheim von der Provinzial. Natürlich bin ich froh, extrem sogar, dass ich ein ganz tolles funktionierendes Team habe, die mir auch viele, viele Aufgaben abnehmen können. Die Regina Hess. Ich bin schon seit fast 35 Jahren bei der Provinzial. Ich bin hier in der Geschäftsstelle für Kfz, für Fragen alles um Sachgeschäft und auch in der Schadenabwicklung tätig. Ich bin der Tom Imke, ich bin hier der Auszubildende bei der Geschäftsstelle Nagel und ich bin eigentlich Allrounder. Ich lerne von allem ein bisschen was und ich habe nicht wirklich eine Sparte festgelegt. Mein Name ist Regine Jung und ich bin hier in der Geschäftsstelle hauptsächlich für Kfz zuständig. Ich mag meinen Job, weil man es viel mit Menschen zu tun hat. Jede Person, die man trifft, ist ja auch logischerweise unterschiedlich. Ich finde so toll, dass man mittlerweile so viele Kunden schon persönlich kennengelernt hat. Behilflich sein und das macht mich einfach dann glücklich. Kein Tag ist wie ein anderer. So kann man es am besten zusammenfassen. So früh es geht. Am besten bevor es zu spät ist. Also über Versicherung sollte man spätestens dann anfangen, sich Gedanken zu machen, wenn man mit der Berufsausbildung beginnt. Ganz wichtig. Ich habe nahezu alles. Außer die Kanarienvogel-Durchbissversicherung. Ich bin ziemlich rundum versichert, weil ich sozusagen auch ein gebranntes Kind bin und schon selbst einen Großschaden hatte. Also ich habe die wichtigsten Versicherungen, die meine Existenz absichern. Weil ich der Meinung bin und auch der festen Überzeugung bin, ich kann nur das mit einem guten Gewissen verkaufen, wovon ich selber auch absolut überzeugt bin. Unser Slogan, immer da, immer nah, genau das trifft. Dass er halt sehr ländlich gelegen ist und deswegen sehr persönlich ist. Helfen in allen Lagen. Wir kennen unsere Kunden. Wir wissen um ihre Bedürfnisse. Wir wissen um ihre besonderen Situationen. Sei es familiär, sei es finanziell und können in der Hinsicht dann auch das beste Produkt für sie finden. Da braucht man nichts Spezielles. Du willst ja einfach rinkommen und ins Gespräch kommen und dann werden wir schon eine Lösung finden für das Problem. Ich finde es immer wieder ganz toll, wenn die Kunden, wenn sie auch so am Büro vorbeigehen, einfach mal kurz rinkommen, hallo sagen. Wenn jetzt Äpfelzeit ist, bringen sie uns mal Apfel mit. Machen auch privat Ausflüge oder hier Frühshoppen. Das ist immer lustig. Und übrigens, wir suchen noch nette Kollegen für den Außendienst. Wir schaffen hier eng zusammen, haben ganz viel Spaß. Also bewerben. Wenn auch du einen abwechslungsreichen und coolen Job suchst, melde dich einfach bei uns. Lerne uns kennen und komm vorbei. Lerne uns kennen und komm vorbei. Lerne uns kennen und сил Vielen Dank.